Allerdings. Das ist gut. Wer ist das? Interessiert es dich nicht, warum ich zugeschlagen habe? Wieso kannst du nicht zuhören und versuchen, es zu verstehen? Okay, erzähl mir, wie es dazu gekommen ist. Wie eben... Ich habe eine neue Freundin aus Pakistan. Und da ist dieses Mädchen aus England und die nennt sie immer Paki. Sie hat Speck in ihren Spind getan und da habe ich zugeschlagen. Das macht sie jetzt sicher nie wieder. Sekunde, Schatz. Der Reservereifen hat sich offensichtlich gelöst. Hey! Ich unterhalte mich gerade nett mit meiner Tochter. Also, entschuldige, mein Schatz, wo waren wir? Du musstest zuschlagen, richtig? Ich fühle mich echt mies. Musst du nicht. Das ist manchmal die einzige Möglichkeit, um einen Bösen aufzuhalten. Du bist nicht sauer auf mich. Nein, warum? Ich bin stolz auf dich. Du hast nur Freundin geholfen. Wie auch immer, ich fahr mit der Metro. Und Ethan? Ja? Tu irgendwas gegen diesen Husten. Der ist echt total nervig. Großer Gott.